auf boah peter da sind wir schon ganz schön viele sachen gesammelt muss ich sagen ja habe ich allerdings auch als 54 eisen und drei diamanten ach ne du hast ja gar nicht hier steht gar nicht 54 hier steht 43 und schweines hat leider auch schon zwei so also so 14 gibt es noch mal ab von dem eisen war so ein bisschen können da wirklich mal abgeben das ist ganz schön anstrengend ja irgendwie schon aber sieht hübsch aus das ist ja kaum ein bisschen nämlich weg schon spawnen ja die creeper wieder ja alles voll alles vor alles vor ja man kann einmal jetzt aber wasservolle wasser einmal kann man sagen alte wie viel hier gespawnt sind das ist hervorragend Jellerin einer hinterher ich meine das ist das ich nicht wunderschönen n guck mal da steht auch genau von meiner hausse die kleine Minute Ja, grinst ein bisschen Scheiß im Mungo. Ich war doch vorhin noch in der Scheißwiese, du müsstest ja jetzt schon wieder laden. Peter, ich bin nur am rummeckern. Ich muss nur bald auch am meckern. Ich denke mal, da liegt am Internet. Oh Gott, ich muss jetzt hier echt aufpassen. Komm ab, Creeper. Kann man nicht nur, nicht mehr jede zweite, leider nur mauen. Das ist schon lange nicht mehr, Sepp. Schon sehr, sehr lange nicht mehr, Sepp. Boah, Alter. Aber knapp. Das ist okay, Jay. Jay, wo ist der hochgegangen? Ja, hier. Wo? Ja, hier. Hauptsache nicht an meinem schönen Hügel hier. Ja, in deinem Hügel, Adi. Genau da, wo du baust. Oh Gott. Das sieht so witzig aus, man hier hinten. Loy. Scheiß gelitt. Ihr habt nicht so krasse Weltgenerierungsprobleme, oder? Nee. Damit es wohl echt am Internet liegen. Du hast halt ein Loob-Internet. Ja, Stick. Ja. Loobiger geht, glaube ich nicht. Adi, da ist uns Creeper bei dir. Pass auf. Alter. Komm, komm. Adi, Vorsicht. Ich habe mich schon umgedreht, Johnny. Oh, nee. Boah, das war ja ganz schön knapp. Alter. Oh mein Gott. Alter, was war das denn? Einmal wischen, bitte. Einmal wischen, bitte. Oh, ja. Ha, die Freundin ertrinkt gerade. Hamburg ist wieder landbunter. Die Wasserpegel steigen. Ich höre schon, die Feuerwehr rückt schon wieder aus. Ach, nee. Oh. Okay, das war nicht geplott. Wie lange ist denn hier Nacht in dieser Mongostadt? Mongostadt? Mich an Mongostadt. Karno, Dorf, Land. Nicht im Land. Usbekistan. Geil. Usbekistan. Boah, der Brom ist ja auch noch da. Ich wollte Hammer konzentriert, weil ich musste ein eckiges Gebäude unter Wasser abwauen. Sehr schön, Dennis. Nice. Ich habe jetzt noch etwas Spezielles anfangen lassen. Echt? Ja. Fünf, echt? Ich habe einen Teich im Haus, was ein Teil Wasser ist. Geil. Ja, wa? Das muss ich mir nachher umdenken sehen. Ja, auf jeden Fall. Der Brom sollte ein Architekt werden. Auf jeden Fall. Oh, fuck. Ja, Mann. Creeper sind doch unsoford. Wurde Peter aber auch. Ja, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen verlaufen. Ich kann leider nicht so viel sehen. Die Weltkriegende rät sich quasi mit meinem Schritt. Ja, Peter, das hat besonders viel Spaß. Wenn die sich mit deinem Schritt verlängert, dann ist das nicht so viel. Ach, Mann. Ja, da hättest du ein bisschen mehr draus machen können, Jay. Ja, das stimmt wohl. Oh, die Spinne ist ja direkt über mir. Vor zum Teufel bin ich ja so eine Scheiße. Was ist denn das hier? Piss dich. Deine Mama. Verpiss dich, deine Mama. Deine Mama. Ja. Ja. Oh, ich glaube, ich bin da. Alter, bewegt dich, Spinne. Oh, fuck. Haha, ich sehe Peter. Er ist gerade explodiert. Zumindest der Creeper drüber rum. Ich dachte, das ist das Tag. Ich dachte, sie verbrennen die. Creeper verbrennen nicht. Nee, Spinne. Die auch nicht. Ich bin da, das war gar nicht. Für gewöhnlich sollten sie dir das über nichts tun, ja. Das ist doch der Welt. Oh, scheiß Jay, war wieder witzig. Ich wusste, dass die irgendeine Wichse machen werden. Was? Nächstes Mal ist das Lava, Peter. Ich glaube, ich baue mir so eine Hütte aus Arakten. Ja, genau. Macht das. Da kommt Jay, irgendwann kommt Sepp irgendwann nach Hause und dann ist die Hütte weg. Der Schwerber war doch offline, oder nicht? So. Meine Diamanten sind ja auch noch da, ey. Ich dachte, ich bist jetzt echt in den Krieg ziehen. Peter, du willst nur einen Krieg ziehen, den du nur verlieren kannst. Ach ja, mit einem Level 30 aufgerüsteten Diamantschwert. Ja, du musst ja erst mal, erst mal musst du da in deiner kleinen Scheißhütte so einen Verzauberungstisch bauen. Da du auch keine Bücher hast, bist du da ja nichts auf der Reihe gekriegt. Den haben wir unter Ende schon gebaut. Ja, genau. So sieht das irgendwie aus. Der braucht jeder 15 Obsidian. Was brauchst du für den Verzauberungstisch? 15 Obsidian. Ja, genau. Ungefähr 100 Bücher brauchst du auch noch, Sepp. Das ist nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm. 15 Obsidian. Dann brauchst du ja nur Stilf für Bücher. Dann brauchst du keine Hund. Ja, doch, du musst ja dieses Ding. Ja, ich weiß, welches Maximale Level kannst du denn machen, wenn du keine Bücher drumherum brauchst? Ist das bekannt? Oder hat das damit gar nichts zu tun? Doch, klar. Du hörst ja durch das Level. Ja, das ist das, was du da gerade machst, Johnny. Weißt du, wie man die Blöcke drehen kann? Also man kann irgendwie zackt, nämlich der... Man kann Baumstämme, kann man drehen, ja. Ja, weißt du denn, wie? Das weiß ich, hab ich da noch nicht rausgekriegt. Ja, da zackt mich nämlich der aber an, wie der gerade hier steht. Ich hätte jetzt ja gerne Pfeil und Bogen. Wo bist du denn, Peter? Ja, du kleiner Blitz-Bongo. Ich denk kein... Ja, ich hab keine Ahnung, wo du bist, selbst. Peter, bist du draußen? Ich bin mittlerweile wieder an meinem Kakaos, ja, und bei den anderen. Wo ist denn draußen? Ach, dein Kakaos. Wo ist denn draußen? Oh mein Gott. Guck, du helf. Wie kann ich dir das zahlen? Soll ich dir die Koordinaten sein? Ja, kannst du auch. Das hilft dir, indem du F3 drückst, falls du das nicht wirst. Okay, X ist minus 594 und Z ist 544. Ja, und da musst du jetzt hinlaufen. 594? Du musst aber auf jeden Wert noch ungefähr 200 draufrechnen, weil die Anzeige ist ein bisschen fehlerhaft. Was zum Töpfen macht Jada. Kür! Ich weiß auch nicht, was der davor hat. Frag mich nicht. Sieht aus wie ein Treppenhaus von einem Turm. Das war ein ziemlich kackiges Treppenhaus von einem Turm. Du bist mal still da hinten mit deinem komischen Überschwemmteil da. Ja, ich hab das nicht überschwemmt. Wieso verteidigst du alles in dem Jell? Seid ihr was? Neuerdings Best Buddies, oder was? Allerbesten Freunde sind die. Da bin ich aber nicht der Krüppel, der die ganze Zeit im Bett liegt. Okay, ich hab den Film noch nicht gesehen. Der ist gut. Der ist echt erstaunlich gut. Ich war nicht so viel von so einem Franz-Zacken-Film erwartet, aber der ist...